Alles ausfüllen, außer die Mitte. Ganz genau. Rambo-Action. So. Ja, kommst du nicht mehr. Das war nicht so gut. Schön. Oh Mann. Boah, bei dir Gewitter oder was? Bei wem? Bei mir ist auch Gewitter. Achso, ich sehe gerade nichts. Ah doch, warte. Dankeschön. Gewitter gibt es bei jedem. Ja. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Ali, bitte? Ja, klar. Nein, wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Nice. Gut, sehr gut, schön. Das ist deine Antwort, Mann. Ja, ohne. Oh, gut. Nein. Aua. Ich glaube, ich sollte jetzt ein bisschen gucken. Ja, jetzt sieht es besser aus. Mann. Was? Du hast den Zimmgeräuschen auch, ne? Ja, Mann. Die haben dich so behindert dann, ey. hehehe 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 scheisse fuck ey bitte ich kann den hier inplanten ja jawoll aber mir stinkt nix hehehe 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 wow genau von meiner Tür alter komm mal rein was der macht der vor deiner Tür hehehe ja man hehehe wo ist der ja bis jetzt eigentlich alles so ich hab noch gar keine Tiere habt ihr schon Tiere? ja viel Aufwand oh guck mal der den da kill komm schon komm schon komm schon komm schon oh wie viel Stein leicht komm schon bitte scherde scheisse alter wo ein Penner scherde aber gleich stehen wir w영 tf ja man man steckt schon schnell ja man steckt schon schnell Okay. Oh shit. Oh. Jemand reift mich dran. Ich seh ihn aber nicht. Das ist das Ding. Alter. Keiner, ey. Mal erst da. Ja. Ja. Was ist das? Alles ist easy. Hey, hey, hey. Ich brauche mal eine Axt. Na jetzt wenigstens noch zwei Fallen proben. Wenigstens etwas. Los. Warum macht die Spitze wieder zu? Nein. Nicht eins. Toll. Lol. Schauen wir den an. Boah, Alter. Weg mit dir. Es wägt nicht. Ja, man regeln nervt die Batterien. Was ist das hier überhaupt? Boah, unten. Runter. Ich baue gerade mein Haus. Ah, nice. Ey, die Dings da schießen richtig geil, oder? Skelette? Skelette? Skelette, ja. Ja, auf jeden Fall. Alter, ich habe es auf meinem Leben gar nicht gesehen. Ich stelle ja gleich. Ich bin für immer noch gegen die. Dali. Ja? Ich habe dich die ganze Zeit immer abgeknallt. Wirklich? Wirklich? Ja, Mann. Ich dachte schon mehr Skelette. Ja, du hast hier vergesst zuzubauen, Marti. Ich baue mir den Weg zu. Ah, ne. Ich schlemmte, weil er dich ganze Zeit angerissen hat. Ne, mach ich gar nicht. Ich... Ja, mein Haus sieht scheiße aus. Alter, jetzt ist die andere Seite rum. Egal. Was das hier so? Alter, der Frag, Alter. Haus, was willst du noch? Marti, es schelft ihm, Alter. So geht es nicht mehr voran. Was kann man eigentlich mit der Tinte jetzt machen? Was sind die? Ich habe keine Ahnung. Wieso hast du überhaupt so hoch gebaut, Alter? Willst du nicht das zweite Schlagwerk noch machen? Ja, für erstmal, meine ich, ja. Oder nicht? Alter, der erste Batrien krumm. Den kriegst du auch nicht gerade. Der muss Menschen dann zusammen gerade gehen. Der muss breiter werden, ne? Nein, du hast... Guck mal, dort hast du zum Beispiel... Ja. Ingezogen, da hast du einen zu viel gemacht. Warte, warte, warte. Ich kann dich nicht retten. Rette meinen Bauwertiger. Ja, ich schrette mal dein Bauwerk. Ja, ich schrette mal dein Bauwerk. Ich schrette mal hier kurz Erde. Ich schrette mal kurz dein Bauwerk. Der hier muss weg. Guck mal. Guck mal. Von außen. Okay? Sag Bescheid, ich gucke. Jetzt guck mal nach. Warte. Warte. Du musst jetzt nochmal kurz... Ups. Das ist da weg. Warte, 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 warte. Ich mach's jetzt. Warte kurz. Ich muss nochmal kurz einmal gucken. Okay, die Reihe ist weg. So. Okay, jetzt muss die Reihe weg. Jetzt, Yusuf, ich hab's gefunden. Jetzt muss das hier weg. Dann ist alles. Okay. Nein, 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 nein. Hier, Yusuf, ich hab's gemacht. Ja. Warte, guck jetzt. So. Oh, sauber. Das sieht schön aus. Und oben mach ich mein Dach. Wie Dach? Mach Dach, Dicker. Dachboden. Denk ich jetzt ein paar Fenster machen, Alter. Ich hab gar keine Fenster. Könnt mir jetzt das sein. Ja, warte. Jo. Warte. Boah, endlich hat man dieses Scheißregen aufgehört. Ja, auf jeden Fall. War ja richtig scheiße. Sollen wir jetzt ne Pause machen? Warte kurz. Ja, warte für Minuten. Du kannst schon ein paar Minuten beenden. Okay. Ja, wenn du ein lasst, kannst du es ruhig beenden. Weil... ... noch so... ... Kleinigkeiten werden wir bestimmt noch machen. Ja, ja, wird ja noch so ein Kleinigkeiten machen. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis bald. Jo. 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 Wir sind zurück bei Minecraft. Let's play. Yusuf, was hast du gemacht? Ist Yunus überhaupt noch da? Ja, ich war da. Also, ich habe mein Haus und meinen Garten verwendet. Hier ist mein Garten. Okay. Danach... ... kommt mein Luxushaum rein. Okay. Ich habe einen Teppich gemacht. Weiße Wolle oder so? Ja. Weiße Wolle, genau. Oh ja, und danach haben wir... ... hier einen Zaun gemacht für Tiere. Arter. Was sind das Schafe? Nein, die sehen wie Schweine aus. Der sieht aus wie ein Schwein. Die Schafe? Wieso spielt die überhaupt außerhalb der Aufnahme? Was? Wieso spielt die außerhalb der Aufnahme? Ja, wir waren so vertieft im Spiel, wir haben die Zeit vergessen. Ah. Er meint's mir ernst. Hehehe. 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 Naja, ich hoffe, Scheiße. Digga, Yunus, als du, als du, äh... ... die letzte Aufnahme... ... du hast uns ja nicht geswischt, wir waren ja mal noch in der Lobby drin, ne? Ja. Ja. ... dort so ein Typ reinkommen, ey. Ohne Scheiße, er sagt, er fragt so, ja, äh... Was hat er noch mal gefragt? Will er bei Call of Duty oder so spielen? Jusuf Redel! Jaaa. Hehehe. Call of Duty? Ja, aber er spricht die ganze Zeit so auf Englisch, weißt du? Ja, ich wollte Call of Duty. Warte, wir sind alle so gelade. Ich hab kurz geguckt, ich dachte, du willst uns verarschen. Hehehe. Ich bin so reingegangen, also ich bin von den nächsten, äh... Ich bin zu Desktop reingegangen. Ich guck so, wer ist das Fan, die ist das... Ich frag mich die ganze Zeit. Bitte, er fragt so die... Er fragt immer noch die ganze Zeit, er fragt... Du willst einen Call of Duty? Ja. Er fragt einfach so ein Basketball damit. Hehehe. Und dann haben wir kurz Aufnahmen unterbrochen, ja. Er hat aber Akzent drin, ich hab gar nichts verstanden, was er gelabert hat. Nein, man, er hat doch... Wie, du hast ihn nicht verstanden. Er hat Akzent, dicke, aber das war nicht so in Dings Englisch. Ja, ja, man hat ihn schon verstanden, ne. Okay, Jusuf, ist Engländer. Hehehe. Nein, ich sag nur, dass er Akzent hatte. Oh, what? Aber er war schon so ein bisschen komisch, ja. Ich... Keine Ahnung. Komisch, Mensch. Wie finden die denn überhaupt euer Dings, Yunus? Euer ID? Eine. Wie wie denn? Dort, da steht... Auf der Clown-Page kann man das zum Beispiel sehen. Ach so. Ah. Wie hessisch, nimm das mal da raus. Jusuf redet mich. Solange wir die im Gästebereich sind, ist ja in Ordnung. Ah, die haben uns genervt. Gib uns, gib uns, ja, die haben uns über Trim genervt, alter. Ja, du musst mal ein Passwort geben, alter. Ja, man, gib uns mal ein Passwort. Blö. Die, nö. Doch. Dann nicht, dass er ihn nicht geben würde, er weiß nicht. Gönn doch mal, Dicke. Gönn doch mal, Dicke. Gönn das Passwort nicht, Junge. Loll, was war das, Creeper? Loll. Alter, Jusuf, hast du das ganze Schilf dort abgebaut? Was? Schilf. Diese Bambus dort. Ja. Pack dich mal wieder da... Oder egal, ja, scheiß drauf, du kannst hier unterscheiden. Guck mal, jetzt, Jusuf, ich hab für dich... Du brauchst gar keine Wolle, alter, als Teppich. Chill, du hast was Besseres vor. Scheiße. Bist du gerade an meinem Haus? Ich? Nein. Ich bin nicht in deinem Haus. Guck jetzt, hier. Siehst du den, Jusuf? Wie? Das, ne, guck mal, er lässt immer Schnee hinterher. Was dann? Was habt ihr gefunden? Ne, ich hab nen Dicke gemacht. Nein, ich schlag ihn noch nicht. Der bewacht dich jetzt. Ah. Ja, er schlägt jetzt andere Mops und so'n Kram. Ali, wo wüsst'n du eigentlich...